Hallo, mein Name ist Jimsi, ich bin virtuelle Assistentin aus Düsseldorf und bin seit 2020 selbstständig. Seitdem nutze ich auch schon LexOffice, die super hilfreiche und intuitive Buchhaltungssoftware. Mit diesem Programm kann ich beispielsweise ganz leicht und mit wenigen Klicks meine Belege digital erfassen und direkt korrekt verbuchen, sowie meine regelmäßige Umsatzsteuervoranmeldung automatisch erstellen und direkt an das Finanzamt übermitteln. Ebenso ermöglicht mir LexOffice anhand von Vorlagen mit meinem eigenen Corporate Design Angebote zu erstellen und diese mit einem einfachen Klick in eine Rechnung umzuwandeln. All dies und noch vieles mehr kann ich in ein paar Minuten erledigen und das sogar ohne buchhalterische Vorkenntnisse. Ich schone meine Nerven und spare sogar noch enorm viel Zeit ein, die ich in meinem Business nutzen kann und dadurch auch meinen Kunden zugute kommt. Bist du auch selbstständig und möchtest dich auf dein eigentliches Business konzentrieren? Dann kann ich dir LexOffice nur wärmstens empfehlen, denn Buchhaltung war noch nie so einfach und schnell erledigt.